Moin Moin, wie man bei uns im Norden sagt. Kennen Sie das? Sie gehen morgens gut gelaunt und motiviert ins Büro. Doch Ihre Motivation hält nicht lange. Schon auf dem Weg in Ihr Büro stellt Ihnen ein Mitarbeiter Fragen zu längst besprochenen Themen. Korn haben Sie Ihren Schreibtisch erreicht, klingelt auch schon das Telefon. Ein Kunde, der sich darüber beschwert, dass er auf seine Anfrage bis heute keine Antwort bekommen hat. Kaum ist dieses Gespräch beendet, klingelt das Telefon erneut. Ein Kunde, der sich halb amüsiert, halb sarkastisch darüber äußert, dass er aus Ihrem Hause von zwei verschiedenen Mitarbeitern unterschiedliche Angebotspreise erhalten hat. Damit ist Ihr gut gestarteter Tag ruckzuck im Eimer. Oder Sie investieren bereits viel Zeit und Geld, um an neue Interessenten zu kommen und verlieren dabei Ihre bestehenden Kunden aus dem Auge? Dann entgehen Ihnen schnell der ein oder andere Folgeauftrag, nur weil Sie es nicht auf dem Schirm hatten. Ihre Kundenbeziehungspflege, Neudeutsch Customer Relationship Management, wird durch Servandes sichtbar und praktisch. Denn wie in jeder Beziehung ist gute Kommunikation die Basis für Vertrauen. Kunden, die Ihnen vertrauen, werden auch in Zukunft mit Ihnen zusammenarbeiten. Mit dem Einsatz der prämierten Software Genesis World und unserer Erfahrung verfügen Sie über ein dynamisches Instrument, um die Informations- und Kommunikationsaufgaben in Ihrem Unternehmen exzellent zu meistern. Und ganz nebenbei gewinnen Sie eine Menge Zeit für Ihre Kunden. Ein positiver Nebeneffekt ist dabei, Sie sind auch nach Feierabend noch motiviert und gut gelaunt. Achtung, das könnte ansteckend wirken. Aufgrund meiner langjährigen Beratertätigkeit weiß ich, jedes Unternehmen hat ganz individuelle Anforderungen. Alleine mit einer Softwareinstallation ist es eben nicht getan. Denn selbst die besten Instrumente spielen nicht von allein. Deshalb lade ich Sie herzlich ein, in einem persönlichen Gespräch bei einer Tasse Tee oder Kaffee Ihr Unternehmen kennenzulernen und mit Ihnen gemeinsam festzustellen, wo und wie wir Ihre Kunden begeistern können. Wir freuen uns auf Ihren Anruf oder Ihre E-Mail. Tschüss und beste Grüße aus Bremen. Ihr Matthias Kopf